hallo draußen und herzlich willkommen zu video 7 des orange und black java crashkurses in diesem video gucken wir uns noch eine weitere möglichkeit an wie unser programm entscheidungen treffen kann dafür haben wir hier ein beispiel wir legen uns hier einen string an und den nennen wir monat und füllen ihn in diesem fall mit dem wert 0 7 und was wir jetzt wollen wir wollen dass unser programm uns zu dieser zahl den passenden monat ausgibt also zu 0 7 würde er uns jetzt hier den juli ausgeben wie ist das hier jetzt also umgesetzt mit if else das haben wir schon im letzten video kennengelernt wir haben hier also ein if falls dann also monat gleich 0 1 ist dann soll hier januar ausgegeben werden dann ein else if falls monat 0 2 ist dann soll februar ausgegeben werden und so weiter und sofort bis runter hier zum dezember falls wir eine 12 bekommen und falls unser string weder 0 1 noch 0 2 oder eben runter bis 12 also irgendetwas anderes dann soll in diesem fall ausgegeben werden kein monat also wir haben keinen monat hier in diesem string gespeichert wir können dafür keine vernünftige ausgabe finden das ist jetzt irgendwie ein bisschen unübersichtlich ja wir haben ein bisschen mehr geschrieben als wir eigentlich mussten wir haben andauert jedes else if noch geschrieben und andauert müssen wir hier überprüfen was denn jetzt der monat ist und das geht tatsächlich ein bisschen schöner und das gucken wir uns jetzt an dafür mache ich das hier jetzt einmal weg und ersetze das mit einem neuen beispiel was genau das gleiche tut nur ein bisschen schöner hier kommt nämlich das sogenannte switch case ins spiel wir erstellen uns wieder ein string wieder heißt der monat und wieder ist natürlich mit der 0 7 gefüllt und jetzt gucken wir uns dieses konstrukt an das funktioniert im grunde genommen genau wie if und else if und else nur ist eine kürzere schreibweise die besonders praktisch ist oder genau dafür entwickelt wurde falls wir eine variable haben und die auf ganz viele möglichkeiten testen wollen wir zum beispiel im monat ist es nur eine variable und sie könnte 0 1 sein sie könnte 0 2 sein sie könnte 0 3 sein und jedes mal möchten wir etwas anderes machen und genau für diesen fall ist switch case da was wir tun ist wir schreiben switch und dann hier in klammern die variable die wir uns angucken wollen was hier natürlich jetzt der monat ist und dann öffnen wir hier unsere geschwungenen klammern und jetzt können wir verschiedene fälle festlegen auf englisch cases also wir haben hier zum beispiel case und dann was denn dieser fall jetzt sein könnte also fall 0 1 also ist monat 0 1 dann soll passieren was hier nach dem doppelpunkt steht und zwar alles von dem doppelpunkt bis zum nächsten break befehl in diesem fall ist das nur ein befehl nämlich dass hier januar ausgegeben werden soll in dem fall dass wir hier keine 0 1 haben dann wird das ja einfach übersprungen und vielleicht ist es ja fall 0 2 in diesem fall würde februar ausgegeben werden es würde stoppen weil wir dann hier zu diesem break befehl kommen und so geht das hier bis ganz nach unten und sobald man hier auf einen break befehl stößt hüpfen wir hier aus dem switch raus also wir sehen ja hier sind die geschwungenen klammern geöffnet sobald ein break kommt springen wir aus den geschwungenen klammern heraus die enden hier und dann würden wir weitermachen was dann hier noch so alles käme hier ist das in unserem beispiel jetzt natürlich gar nichts aber so würde das dann laufen gucken uns an wie das hier weitergeht wir kommen hier bis zum fall 12 in diesem fall wird natürlich dezember ausgegeben und dann gebraked falls keiner von diesen fällen eintrifft gibt es noch ein default case das wäre jetzt zum beispiel dass er es wie wir es bei if else if und else hätten und in diesem fall würde dann eben kein monat ausgegeben werden ist keiner der fälle hier oben erfüllt wird der default case der wie default fall ausgegeben und in diesem fall ist das eben kein monat ein großer vorteil den uns switch case bietet es erlaubt uns mehrere fälle zusammenzufassen und das gucken wir uns jetzt mal an in welchem fall möchten wir jetzt irgendetwas zusammenfassen zum beispiel könnt ihr hier statt monat 07 auch monat 7 stehen und ganz offensichtlich ist wieder der juli gemeint nur wird das jetzt nicht erkannt werden da wir nur auf die 07 getestet haben genauso hätte ich jetzt hier die 1 dann wäre natürlich der januar gemeint aber wir haben nur auf 0 1 geprüft also würde ausgegeben kein monat was jetzt also schön wäre wenn wir für alle dieser einstelligen zahlen vor die wir jetzt hier noch eine 0 gepackt haben jetzt noch die möglichkeit einführen würden dass nur die einstellige zahl verwendet wird und wie das geht gucken wir uns jetzt im nächsten beispiel an wir haben jetzt also das nächste beispiel und wir sehen das ist wieder sehr ähnlich wir haben wieder ein string wieder heißt der monat und wieder ist er mit der 0 7 gefüllt und wieder switchen wir hier durch die verschiedenen fälle die der monat haben kann durch nur dieses mal sehen wir hier haben wir hier zwei cases einmal case 1 und dann doppelpunkt und dann kommt hier erst einmal nichts und dann case 0 1 und doppelpunkt und dann kommt hier tatsächlich das was passieren soll bis zu dem break ich habe ja eben schon gesagt wenn so ein case erfüllt ist dann wird alles ausgeführt bis zu dem break das heißt wenn jetzt hier der case 0 1 erfüllt ist dann wird alles ausgeführt bis zu dem break also system.outprintln januar das gilt aber ebenfalls für fall einfach nur 1 dann wird auch alles ausgeführt bis zu dem nächsten break und wir sehen zwischen case 1 und case 0 1 ist kein weiteres break aufgetaucht das heißt wenn wir hier case 1 erfüllt haben dann wird ebenfalls alles ausgeführt bis break und das ist in diesem fall ebenfalls wenn wir hier runter gehen es wird ausgegeben januar das gleiche ist hier auch für case 2 und case 0 2 der fall und so weiter und so fort für die zweistelligen fälle hier habe ich natürlich jetzt keinen extra fall eingeführt denn das würde jetzt natürlich nicht irgendwie sinn machen in dem zusammenhang in dem wir es hier haben und was ich hier sehe wir haben hier einen kleinen fehler das sehen wir hier an diesem weißen kreuz auf rotem hintergrund und gucken wir uns nochmal an was ist das denn jetzt für ein fehler das kann uns eclipse nämlich sagen und hier steht kleine neben syntax error insert semicolon to complete block statement und das sagt uns jetzt auf englisch wir haben hier ein semicolon vergessen und er zeigt uns das ja auch an hier ist das so leicht rot markiert und da muss ich jetzt noch ein semicolon hinzufügen wenn euch das gefallen hat dann abonniert uns doch und ansonsten bis zum nächsten video von orange und black